Wow, Felix sieht super aus. Also, ich war die letzten paar Bomben im Sparrowing. Und wir haben einen Kampf im K-1 bis 74 Kilo und er geht über 3x2 Minuten. Ich sag's euch, wie es ist, der Junge ist fit. Definitiv, definitiv, Aschke. Auch hier an unser Kamerateam geile Aufnahmen, was die hier abrufen. Geil, geil, geil. Beide ungefähr gleich groß, gleich schwer. Wenn ich heute nicht kommentieren würde, werde ich schon mitgrölen hier. Es wird laut in der Halle, wir erwarten hier auch ein Feuerwerk. Jawoll, tolle Geste, Umarmung vor dem Kampf. Ja, wie gesagt, die Jungs kennen sich und es geht direkt los. Felix direkt nach vorn, das ist aber auch sein Stil, also ich kenne jetzt von ihm wenig. Felix hier schon mal zweimal mit dem Auslagewechsel, unangenehm für den Gegner. Tore kontert. Felix sehr viel mit Kicks bis jetzt unterwegs. Ah, Roman Heike, gut geboren. Sehr starker Frontkick. Wow. Oh, schöner Uppercut von Tore. Gekontert, sehr gut. Sauberer Kampf von Tore, wirklich. Felix macht das aber auch sehr gut mit seinem Auslagewechsel. Nur muss aufpassen, dass er in dem Moment des Wechseln nicht den Schlag... Oh, die Halle macht mit, feuert den Felix hier. Muss er aufpassen, der Tore kämpft da sehr schlau. Wow. Super-Might-Bewegung. Gute Treffer von Felix. Gerade durch die Mitte. Felix muss aufpassen, dass er sich nicht wegdreht vom Geschehen. Schöner Inside-Locke. Edelkick von Felix. Ich glaube, das ist das richtige Rezept für Felix, wenn er durch die Mitte kommt. Was denkst du, Aschkan? Ja, ich denke, da liegen auch vor allen Dingen seine Stärken. Er ist sehr gut im nach vorne gehen, im Druck auf Gegner ausüben. Aber Tore macht das sehr schlau, wie er ihn von sich fernhält. Einfach technisch in dem Fall würde ich sagen, siehst du schon, dass der da einfach mehr Erfahrung in dem Bereich mitbringt. Genau. Hier gerade den Kick ableiten zum Beispiel. Der Mittelkick hat aber, glaube ich, getroffen an der Stelle. Ich glaube, der ist durchgerutscht. Gut. Einmal mit den Jabs. Super-Jabs. Das ist... Die geraden durch die Mitte, die kommen ja wirklich gut rein. Aber Tore, eine solide Runde. Aber ich kann nicht sagen, wer die Runde... Nee, sehr schwierig, sehr schwierig. Und nochmal eine ganz kurze Durchsage für die Zuschauer. Alle, die ihre Autos hier vorne auf dem Vorplatz am Haupteingang geparkt haben, bitte die Autos entfernen. Sonst werden sie durch das Ordnungsamt der Stadt Kassel abgeschleppt. Also alle Autos, die hier vorne am Haupteingang direkt davor stehen, bitte wegfahren. Sonst werden sie abgeschleppt. Vielen Dank. Und unsere Falschparker in dem Fall. Holt eure Autos ab. Besser ist es. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, Kasseler Ordnungsamt macht da keinen Spaß. Sarah gibt Instruktionen, was Felix vielleicht besser machen kann an der Stelle. Unglaublich, diese Sarah. Wahnsinn, diese Frau. Ja, mal gucken, zweite Runde. Und weiter geht's mit der zweiten Runde. Die zweite Runde genauso war ja sehr überlegt. Keiner hat jetzt wirklich viel riskiert. Ja, was hat die erste Runde mit einem gemacht? Vielleicht hatte Felix nur einen Kaltstart. Jetzt zeigt sich, wer die bessere Kondition hat. Wow, tolle Kombination. Highkick zum Kopf. Auch vorher von Felix. Touris auch sehr variabel mit der Deckung. Nicht nur, oh, nein, 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 das war nicht. Das war kein Rund. Das war kein Rund. Das war kein Rund. Touris sehr variabel in seiner Defense. Der steht nicht nur in Doppeldeckung. Er macht auch mal eine Might-Bewegung. Geht zurück. Steig. Hat ja gut immer diese Rechte, die er auspackt. Gerade über die Deckung drüber. Felix sollte sich dieses Wegdrehen hier vermeiden, oft. Ja, diese Low-Kicks zeigen schon Wirkung. Schöner Low-Kick. Felix hat eine richtig tolle Führhand, die könnte öfter reinkommen. Sehr schön. Jetzt mal. Super. Ja, Touri jetzt auch. Gutes Knie. Ja, Felix wird der Armand-Gegner nicht wegstoßen. Das ist nicht erlaubt. Deswegen wird der Gegner auch nicht angezählt, weil das kein Niederschlag war. Also, das macht der Tourer da gut in dem Fall. Für mein Gefühl findet Felix gerade besser in dem Kampf. Oh, da war der High-Kick drin. Zeigt aber keine Wirkung bei Felix. Er geht weiter vorwärts. Oh. Oh, komm, Felix. Das muss er jetzt nochmal. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich jetzt schon mal für mein manchmal parteiisch Wir hatten einen High-Kick mit drin, Felix auch mit starken Low-Kicks. Ja, alles sehr überlegt. Was meinst du, was die Trainer den Leuten dann noch mitgeben in der Runde? Nee, Pausen so gut. Die werden ihnen wahrscheinlich Hinweise geben, wie sie den Gegner besser treffen können und worauf sie vielleicht achten sollen bei der Verteidigung, weil gerade die High-Kicks von Tourer das gesehen hat. Und auf geht's in die Trinna und letzte Runde. Darauf sollte Felix aufpassen. Pass an. Das ist fairer Sportgeist. Wow. Die Jungs sind sehr gut drauf. Sehr schön. Schöne Bilder. Sehr starker Start. Felix direkt gut in den Rundenstart rein. Diese Geraden von Felix sind wirklich sehr effektiv und sehr gut. Mehr davon. Tourer weiß aber auch, wie er damit umzugehen hat. Und die Halle ist wieder voll da. Schöne Maid-Bewegung von Tourer. Und die Low-Kicks tun weh. Man sieht es schon langsam. Die Hinterzeiten hinterlassen eine Runde. Gute Treffer von Tourer. Hat Felix ein bisschen zurückgedrängt. Oh, gut. Auch der Uppercut jetzt von Felix. Oh, auch wieder gute Linke. Oh, da war ein Treffer drin von Felix. Aschkan, schau dir diesen Kampf an. Wie technisch stark beide hier kämpfen. In was für einem Tempo einfach genial. Oh, gute Rechte. Oh, okay. Wird jetzt am Arm vom Referee. Weil er die Rückhand gezogen hat nach dem Schlag. Das ist nicht erlaubt. Oh, gut. Jetzt mal ein Körpertreffer. Das vermisse ich immer sehr. Ja. Wer jetzt? Es scheint mir so, als ob Tourer etwas abgebaut hat. Konditionell. Das könnte Felix Chance sein. Jetzt nochmal Punkte, wichtige Punkte zu sammeln für den Sieg. Oh, gut da. Seht nicht. Aber der High-Kick war durch, ne? Ja, der war drin. Ein Punkt. Kriegt Tourer noch seine Arme hoch? Er wirkt müde, ne? Er wirkt gerade müde. Das könnte die Chance sein. Ja. Ja. Bei Felix. Felix. Der drückt rein, der junge Mann. Ganz stark. Der ist in seiner... Tourer ist aber immer noch bereit, einen Konter zu fahren. Wie man sieht. Oh, hat er auch getroffen. Nicht wegdrehen vom Gegner. Das ist immer sehr vorsichtig, muss man da sein. Bei Felix da war. Der Felix ist auch, falls ihr euch das nicht sagt, folgt ihm bei The Only One Flavor. Das ist ein Rapper, hier auch aus Kassel. War das ein Tiefschlag? Ja. Das war, glaube ich, das Knie... Ich war vorhin da, der Rapper hat das gesagt bei den Roots Instructions. Das Medical Timeout bei Tiefschlägen oder sonstiges bis zu fünf Minuten und kein Coaching erlaubt ist in dem Fall. Alles klar. Danke für die Information, Aschkan. Was meinst du, Martin? Schwierig. Sehr schwierig. Ich sehe den Kampf wieder auf Messerschneide. Vielleicht hat die letzte Runde noch dazu geführt, dass Felix den Kampf gewinnen könnte. Wir warten es ab. Hier auch wieder. Schöne Bilder. Guckt mal, wie die die Meute anheuzen hier. Also ich hätte an der Stelle auch nichts dagegen, wenn der Kampf in einem Unentschieden endet, weil beide hatten tolle Akzente in jeder Runde. Ja, beide hätten es verdient. Meines Erachtens nach Felix ein bisschen weiter vorne. Gerade hin, die letzte Runde gehe ich glatt für ihn. Da hat Tura einfach zu wenig gearbeitet, aber beide enorm stark. Also das sind jetzt vielleicht Announcen, so Kleinigkeiten, die das Ganze jetzt ausmachen am Ende des Tages, würde ich sagen. Das sehe ich ähnlich wie du. Hören wir also mal den Ref und die Punkte richter, was die dazu zu sagen haben. Die sind gut drauf, die Jungs. Guckt euch das an. Die könntest du noch fünf Runden reinschicken. Die hätten Lust. Genau. Die hätten Lust. Mal gucken. So, wir kommen zum offiziellen Endorteil. Herzlichen Glückwunsch. Das offizielle Ergebnis heißt unentschieden. Unentschieden. Beiden Kämpfern, alles Gute. Schön, beide haben es. Das heilt sich auch an der Stelle. Ja, ich glaube, die erste Runde ging eher so an Ture. In der zweiten Runde waren beide gleich auf und die letzte Runde würde ich dem Felix zusprechen. Da war er auf jeden Fall eine ganze Ecke weiter vorne, aber ja. Schön für beide. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Und wir gucken mal, was es nix ist.